ich habe es gerade hier so ein riesen problem ich kann nicht mehr eben ich weiß nicht was das genau hierfür so ein bug ist aber ich bin gerade hier alles am probieren wie man sieht eine schnicks machen also ich kann hier so hoch runter links rechts und so aber wenn ich den rechten stick nehme sieht man ja der macht gar nichts ich kann es mal gucken